Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jeder kennt sich aus, in die kurze Ecke, das haben sie gut laufen lassen, die Schiedsrichter. In die kurze Ecke, das haben sie gut laufen lassen, die Schiedsrichter. Ja, das Wurfpech der Linzer bringt Bregenzer ein bisschen zurück. Tiefel Bewegung zum Spieler, hier sieht man es. Ja, das ist bein. Sie machen, beide. Ja, vor allem, naja, also da war... Hermann, die Linzer Rückraumreihe und Sejan Babic war im Kreis. Hermann, die Linzer Rückraumreihe und Sejan... Leicht bald, das Zeitspiel kommen, außer er nimmt sich... So, was haben wir jetzt? Auf jeden Fall mal den 7 Meter. Ja, und dann... Na, lege ich mich fest. Oder ist die Frage, 2 Minuten vermutlich auch. Gleiche Diskussion. Er steht natürlich auch im Kreis. Ja, vielleicht bald das Zeitspiel kommen, außer... Vielleicht bald das Zeitspiel... Und sie werden vermutlich jetzt wieder... Also, sie holt das Offensivall raus. Dann den 7 Meter... Aber das Zeitspiel kommen. Hähesrebbe... Noch mal den...